Ey, die Frau will mich echt hier teilweise verarschen ohne Ende. Wo ist denn jetzt schon wieder der scheiß Keller? Ah ja. Wand? Das ist ein König, aber wo ist deine Krone? Die habe ich nicht. Die ist afkar. Fächer und Schwert fehlt auch. Ach, jetzt kannst du wieder reden? Was? Äh, ja, ich habe kurz meine Kopfhörer abgenommen. Sorry. Dann machen wir nächstes Mal dein Mikrofon, aber bitte aus. Ja, sorry. Bei dir glaube ich manchmal auch, dass du blöd zum Scheißen bist. Nee, eigentlich noch nicht. Warte mal. Können wir das hier... Säge. Nee, dafür brauchen wir doch nicht. Wo ist eigentlich dieser verfickte Keller gerade? Alter, ey, wo ist dieser scheiß Keller? Deutscher Keller. Ja. Im Korridor des Kellers findest du einen Gärtner. Im Korridor des Kellers. Malgong. Vielleicht da unten beim Fragezeichen. Das sieht aus wie ein Keller. Echt? Ja, da kommst du aber nur hin, wenn der Nebel weg ist. Nein, nicht das da. Das da? Das da mit den Steinen gedönst. Das ist das schönste. Nein, rechts. Da komm ich nicht hin. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Ja, da kommen wir wahrscheinlich von hier aus hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Galerie, Halle. Hier hat sich gerade irgendwas verändert. Ja, habe ich hier. Das ist neu hinzugekommen. Aber da fehlt eine Krone. Und ein Schwert und ein Fächer. Echt? Ja, Frau Fächer. Ohne Schwert ist der Ritter kein Ritter. Damals hatte ein Lenin niemals ihr Haus, ohne ein Fächer zu verlassen. Warum fährt er an dieser Statue? Weil das eine Feministin war? Ich habe keine Ahnung, ne? Das ist wahrscheinlich der Korridorkeller. Aber wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Im Korridor des Kellers. Rittergang, Arbeit. Wand, Tür zur Garage, Garage, Werkstatt. Das Netz ist stark, ich komme nicht hindurch. Säge. Nein. 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 Ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt gerade... Wo? Wo? Wie? Wie? Wie komme ich da hin? Dann scheint noch irgendwas zu machen. Ich komme wahrscheinlich nur von hier aus hin. Ne, wenn es ein Keller ist, muss ja eine Tür... Kleine Säge. So. Ich bin gerade ratlos, ne? Nein. 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 Alter, da spielen wir mich die gerade verarschen ohne Ende, ne? Ne, das ist nur irgendwas, was wir gerade übersehen, was wir nicht mehr wissen, was noch gemacht werden muss. Kann ja mal passieren. Nein, hier ist nix. Hier ist nur der Nebel. Ja, mit nem genau Knäflisch geht das. Ja. Ist ja Metall. Jetzt hast du ne Englischchen fürs Bett. Genau, so. Wo war das Bett? Weiter oben. Äh, das war... Das war... Das war... Ich war... Ah, warte, war das hier? Nein. Das war... War das hier? Ich glaube, hier war das, ne? Genau, hier ist das. Zock. So. Tausche die Puzzlestücke, um links wie rechts das Bild wieder herzustellen. Sollte eigentlich nicht schwer werden. Sollte eigentlich nicht allzu schwer werden. Oh. Ah, gut. Ich kann so verschieben. Das wird so richtig. Nein, das Pferd gehört ein bisschen weiter nach rechts. Das hier? Nein, ich... Ja. Du siehst doch die Flügel. Vielleicht doch nach unten. Ja, ich gucke auf der linken Seite. Ist auch nicht richtig. Das hier passt eigentlich schon mal. Wo passt das eigentlich? Voll falsch aus. Was ist denn da? Und bitte schön ein Pferd. Das ist der Link. Das wird noch zum Flügel. Und der Schweif kommt nach links. Genauso wie das Bein. Ach, dann muss ich auch noch auf der rechten Seite anpassen, ne? Fuck. Ja. Schweif nach links. Das Bein direkt hinterher. Ist das jetzt so richtig? Jetzt. Jetzt sieht's richtig. Gott sei Dank. Ich hab keine Ahnung. Marc, das ist richtig. Auf der anderen Seite machst du es einfach genau... ...im... ...verkehrten. Ja. Irgendwo. So, warte. Der Schweif kommt da unten hin. Das Ding kommt da hin. Das kommt da hin. Will ich? Äh. Schwert? Für den Ritter wahrscheinlich, ne? Oder um das Netz zu zerstören. Kann natürlich auch sein. Nein, ich denke, das ist für den Ritter. Gucken wir einfach mal das Netz. Hilft nur Feuer. Oh, okay. Wer hat das da? Lady, hör doch mal auf. Oh, die Karotte. Karotte ist links im Regal. Bei dem ganzen Verrückten. Ne, bei der... Ist ne Flammenblume. Ne Flammene Blume. Das ist super. Da ist ne Spielkarte. Willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. Sonnenzeit. Äh. Wie sieht jetzt hier willkommen aus? Braucht man ne Rose? Wollen wir Brot kaufen? Wollen wir Brot kaufen? Blutzer Blatt. Da sind Weintrauben. Da ist die Flammenblume. Das glaube ich an dem, ähm, an dem Rock bei der ganz links. Was, 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 was? Stoppuhr, schleife links. Stoppuhr, schleife. Bei der Puppe. Da. Da ist willkommen. Ich glaube, der Ring ist in dem Maul von dem Vogel. Alter, sind die Dinger teilweise gerade kleiner. Ja, dafür hast du mich. Der Käfer ist auf dem Kopf von dieser komischen Tussi in der Mitte mit dem Hauptsatzkleid. Popperla. Warten wir einen Popperla machen, weiß ich auch ganz genau. Und jetzt brauchen wir Strom. Nee, doch nicht. Können wir zum Nebel gehen. Kannst du dir mal einblasen. Nein, danke. Der Windgenerator ist ohne Stromkönig genutzt. Wundert mich, dass der Regen ist ja doch so. Oder so nutzlos. Wundert mich überhaupt, dass ich noch mitgenommen hat und nicht vorher noch mit Strom versorgt hat. Wundert mich überhaupt, dass sie das Ding kragen können. So, jetzt brauchen wir noch irgendwo eine Stromquelle her. Ja. Stromquelle. Aber erst mal dem Ritterchen, das Schwertchen. Ob das das bringt. Wirklich, aber dann hast du es wenigstens schon mal aus dem Inventar raus. Hat mir rein gar nichts gebracht. Ihr habt doch gesagt, dass es dir wahrscheinlich nichts bringt. Immer noch der gleiche Ding, ne? Irgendwie scheiße, wenn die uns was sagen, wir aber nicht wissen, wie wir da hinkommen. Ja, genau so sieht es aus. Das ist irgendwie nicht so der Sinn von einem Tipp, ne? Ne, nicht wirklich. Wir brauchen irgendwo eine Stromquelle, ja. Vielleicht aus der Garage. Da hat sich ja auch einiges geändert. Ja, aber nur woher? Hier komme ich nicht dran, da brauche ich einen Imbus. Und den Imbus weiß ich nicht, wo ich ihn herkriege. Hier komme ich nur dran, wenn ich da knacke. Und halt die Fresse. Na ey, so brauchst du dich gar nicht so angucken. Ne, hier ist nix. Hier ist aber auch nirgend so eine Stromquelle. Einfach mal alle Zimmer durchsuchen, irgendwann kommt was. Ich gucke ja gerade schon, wie so ein Beklopter. Ja, ist der Tangel wird, Beklopter sein. Ja. Äh, was? Wie? Wo kommt denn das jetzt her? Ja, frag ich mich gerade auch. Die Krillerpfeife ist oben. Äh, ich habe es schon gesehen. Ich habe gerade nur geguckt, ob ich das schon oder brauchen. Nikolaus. Hau her, bei dir. Da ist Santa Claus. Krone. Eine Krone. Jetzt noch auf dem Häubchen von den Püppchen. Klingel gleich für die König. Streichholz. Fingerhut, Streichholz und Knopf. Im Streichholz bist du gerade vorbeigegangen. Im Streichholz ist genau neben den Rädern. Der Fingerhut ist da oben neben der Hose. Und, ne, warum? Warte, ja, er verkratzt da, also. Und das Knöpfchen ist da genau links von dir. Dartfall hatte ich gerade irgendwo gesehen. Dartfall, äh, mancher hat ihn gerade irgendwo gesehen gehabt, da. Dollarzeichen, da, da. Greif. Ja, das habe ich auch. Nee, da ist kein Greif. Entweder das da oben oder das da links. Das da oben mit den Flügeln, ne? Die Muschel ist da. Die Muschel. Häkelnadel ist doch nicht. Nein, nicht wirklich. Das ist so eine dicker Häkelnadel. Da. Und der Löwenzahn ist da. So, haben wir für den König. Aber wir brauchen immer noch den Fächer. Und dann kommen wir wahrscheinlich in den Keller rein. Weil ich hätte mit dir, das öffnet uns den Weg zum Keller. Ja, ist das wahrscheinlich der Weg. Wir halten uns schon, irgendwo in einem Zimmer muss es noch was geben. Hier ist nix mehr. Ja, komm mal hier hin, ne? Alles nix, ne? Ne, 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 ne. Alles klar, hier ist nix mehr. Hier ist auch nix, soweit ich sehe. Ne. Das ist schon so lange her. Rittergang. Leicht verwirrend, ne? Das Schloss in dem Hocker lässt sich nur mit einem Holzring öffnen. Bin ernst. Bin ernst. In dem Käfig auf dem Dachbrunnen ist ein Ferngestolz. Seit wann ist da auf dem Dachbrunnen ein scheiß Käfig? Bei wo? Hier ist er da. Vielleicht auf dem anderen. Waren wir nicht weiter oben noch? Da rechts. Ne, das ist ne Lampe. Ach, hier auch mal nur Betrieb. Bevor ich das Ladegerät einschalte, soll ich es besser mit der Batterie verbinden? Ähm, braucht man Kabel. Nein, der Ding, der Kabel ist da. Du musst das abknipsen. Vielleicht. Ne. Weil er sagt ja, äh, benötige ich. Okay. Oh, was hier noch so ist, okay. Ah, wo, wo? Machst du mal. Vielleicht ist ja der, äh, ist ja das da gemacht? Ah, da hinten. Du hast das Ding. Komm mal her. Ah, Fächer. So, jetzt haben wir zwei Sachen, die wir machen können. Einmal mit dem Königen und einmal das hier mit denen. Wird erst zu dem Hocker gehen. Das wird wahrscheinlich eh nicht viel und so wichtig können. Immer erst das eine, dann ist das andere und dann ist es irgendwie durcheinander. So. Info. Platziere und drehe die Ringe so, dass ein Bild wie hergestellt wird. Erst wieder richtig rum. Ach, du heiliger Bimbo. So, jetzt muss ich erst mal alles hier platzieren. Da kann ich ja nichts anderes machen. Ah. Oh. Alles klar. Oh, drehen sich gleich mehrmals. Ja. Ja. Nein. Also fast. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nur mittlere Dinge drehen. Bimbo kloppt da. Habe ich jetzt wirklich gedacht. Ah, das war geil. Das war geil. Auf die Frau halten. Ach, ja. Ja. Alles klar. Der Welt nicht deine schöne Frisur offenbaren. Ja. Nein. Ja. Ich habe die bald outside. Ja. 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 Vielen Dank.